Um, ja, Level 5, der ist DLCs. Ja, Overcooked ist immer ein Spaß für die ganze Familie. Auch in der Weihnachtszeit. Ja, guck an Truta, da hatten wir schon drauf gewechtet am Anfang. Guck mal, mit Flammenwerfer jetzt. Jawoll, mit Flammenwerfer. Nee. Doch, guck an, mit Flammenwerfer. Weil wir haben wahrscheinlich kein Herd. Super. Das heißt, wir müssen erstmal Kartoffeln rösten und danach müssen wir den Kuta rösten. Ja, geil. Guck mal, da ist ein richtiger Flammenwerfer. Das ist ja geil. Ich muss euch den Shit geben. Nee, ich muss den. Du hast nichts zum Schneiden, also das ist ja richtig. Ja, wir brauchen eh nur Kartoffeln. Gerade um Kartoffeln rösten. Guck mal. Ach nein. Ach, den kann man... Okay, der ist schon fertig. Ach so, okay. Dann kann der weg. Ja, was machen wir mit den Lärmen hier? Oder den Ungemachen? Ihr müsst ja auch abfacken. Ja, aber wir haben keinen. Ich schicke euch mal einen. Ja, bitte. Ich schicke euch ein bisschen beide. Weil ich kann damit eh... Wobei doch... Nein, du kannst... Klar, du kannst die vorher. Jetzt kriegen wir den immer zurück, glaube ich. Kann das sein? Nee. Ähm... Nimm den da weg. Nimm den da weg. So, weg. Ach ja, nein. Ach ja, nein. Welche sind wir zu sicher? Äh... Das? Du musst den ablegen nehmen. Ich weiß. Hä? Was? Wenn du den nicht ablegst, dann fackst du weiter runter runter. Ähm, ja. Guck... Nein, nein, nein. Hast du doch Möhren gegrillt? Achso. Ja, die Möhren, die gegrillten, müssen zu den Kartoffeln niederstehen. Warum haben wir keinen Teller? Wir haben Teller. Nee, aber da ist überall was drauf, ne? Ja, dann... Ah, gib mir die Kartoffeln her! Die sind noch nicht angebraten. Achso, die sind noch nicht angebraten? Nein! Einer muss eigentlich immer braten. Einer muss braten. Sonst wird das nichts. Raten. Lachen wir nochmal neu starten. Nee, wir müssen das jetzt erstmal so regeln. So. So. Also ich mach jetzt den Dauerristen. Ich kümmere mich ums Braten. So. Der da ist... Wir brauchen nur Kartoffeln. Eigentlich. Die haben wir vollkommen ignoriert. So, jetzt komm ich auf dem Teller direkt an. So. Dem die Kartoffeln und hallen? Ah. Nein! Ja, jetzt kann man sie schlecht ablegen. Na. Ja, wir brauchen auch den Teller auf! Kannst man die Möhren auch elsten? Ja, und wir haben einfach mal den Belieb acht. Okay. Lederbauer ist das Beste immer. Ah, nein! Nein. Ah! Ah, ist das hier scheiße! Diese dräutigen Fließbänder. Dräutige Fließbänder. Ja, das waren die neue Kartoffeln. Ich hab wirklich extra viel gekauft. Ja, das ist nicht so praktisch. Also, wo soll ich jetzt erstmal warten? Komm, die gehen erstmal raus. Wir brauchen einen Teller. Kartoffeln? Teller kommt da. Kartoffeln und Möhren müssen zu einem Fruchtan. Ja, die müssen... So, da kommt jetzt ein Teller. Ja, passt doch. So. Wieder Kartoffeln, die ist nah. Oh, die Kartoffeln, da sind die Kartoffeln. Ich will echt nicht zwei Flammenwerfer haben. Ja, ich will mir Flammenwerfer auf den Teller abgeben. Mal gucken, was passiert. So, Teller. So. Ja, die Kartoffeln bitte auch. Die Kartoffeln. Schnell. 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 Alter. Ja. So. Fertig. Nehmt. Oh, so knapp. Der braucht nur einen Trutarn. Kommt doch an. Nehm den Teller gar nicht. Ja. Ach. Freutiger Flammenwerfer da. Ich hatte doch gerade noch gebraten einen Trutarn. Wisst ihr den? Den hab ich rausgegeben, weil der gebraucht wurde. Was für ein Teller das? Oh, du kannst zwei Sachen gleichzeitig braten. Geil. Besser als der Herd. Kochen Teller und einmal die Kapfel. Tellers geht links neben der Ausgabe. Die Kapfel hier oben einmal angebraten bitte. Jo. Teller kommt. Jo. Da brennts jetzt, oder? Nein. 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 So. So. Ja, Möhren. Möhren einmal. Möhren hier oben bitte. Erhitzen. Und die Kapfel hier oben bitte. Erhitzen. Ah, nein. Oh Gott, Geo. Nein. Flammenwerfer. Flammenwerfer verschieben. Ganz gefährlich. Oh, hier wohl. Ich freue mich, dass ihr kommt, ne? Aber dauert ein bisschen. Ja. Ja, okay. Jo. Alles klar. So ein bisschen wie bei den Sims. Auf einmal brennt alles. Ja, okay. Ganz vergessen eigentlich. Alles klar. Huiiii. Jetzt ist einmal alles abgefackelt ungefähr. Wobei. Wie komme ich denn da hinten dran? So. Okay. So. Ähm. Ja. Gut. In der Weihnachtstücke rein. Da fackelt so manches Gerät. In der Weihnachtstücke rein. Da fackelt so manches Gerät. In der Weihnachtstücke rein. Mehl und Milch. In der Kirche. Ja. Die hier bitte auch da. Die Kartoffeln. Ja, es ist nicht so gut, dass wir zwei Flammenwerfer haben. So. Soll ich vielleicht beim nächsten versuchen. Oh Gott, nein, nein, nein. Den Teller, den Teller. Ah. Oh. Beim nächsten Mal gibst du uns am besten die Hühnchen vorgeröstet. Ja. Das ist am besten. Aber 192 Punkte immerhin. Dafür, dass wir einmal die Küche abgefackelt haben. Ganz schön gut. Einer immerhin. Ah, okay. 250. Wenn das hier der Standard ist, dass man mit einem Stern immer noch dann zu schaffen ist, dass man die Küche abfackelt, das ist schon echt gut. Ist halt die Frage, gut, dass wir halt hier keine Sterne brauchen, so gesehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da sinkt unsere Arbeitsqualität doch schon ziemlich stark. Unsere Ansprüche sinken, ne? Unsere Ansprüche und unsere Qualität, die wir erreichen, sinkt auch. Nun. Korrekt. Oh Gott. Oh nein. Und warum? Die Level sind nicht schön. Wo bin ich da unten? Hier, gehen wir auf. Ah, wir brauchen einen, der mit einem Flammenwerfer arbeitet. Ich flammiere. Ja, Flammenwerfer. Nee, gut auf. Nee, ist die nicht. Doch. Okay. Ah, man kann die auch nicht wieder packen. So. Ah ja, flambiert halt, wenn ihr meint. Da. Ja, wer flambiert jetzt? Ja, beide flambieren. Weil das Essen brauchen wir komplett hier. Ah, das ist noch nicht richtig flambiert. Flambier das fertig. Flambier das ja nicht sofort. Ja, jetzt aber. Da, 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 da. 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 Hühnchen. Hühn flambiert. Nur einer, der flambiert. Das macht das einfach keinen Sinn. Flambier das daneben auch noch. Ich fülle mal das Hähnchen an. Ich spüle mal eben. Das ist wirklich nett. Das Hähnchen dauernd, wenn das fertig ist, muss man die ganze Hähnchen auf. Kann man die auf, kann man die auch auf flambieren? Was? Ja, jetzt. Kartoffeln drauf und raus. Ja. Geht nicht. Man muss die schneiden. Das ist ja lustig. Warte, hab ich ja auch noch was zum Flambieren. Ich nehme die Kartoffeln hin. Ja. Ich hab mal eben Flächer. Flambierer macht das ganze noch viel chaotischer. Merkt man schon. Links sind Kartoffeln, dann geht die. Ich spüle mal eben. Nehmt den Teller und mit dem Hähnchen den Flamm. So, und hier einmal Kartoffeln bitte drauf. Flambierte, wenn ihr habt. Ich schneid mal eben neu. Zack. Ich brauch mal jemand, der die flambiert. So. Das ist so realistisch. Ja, mit einem Flammwerfer. Das ist voll geil, ne? Du wirst ja jetzt Bier mit Klammer machen. Ich mach das schon. Mit einem Gasflammwerfer kann man das ja machen. Die dritte. Äh, genau. Das muss da drauf. Das muss da drauf. Dann kann man das auch. So. Die Tür nochmal. Sorry. Ja, laufst du zurück. So. Äh, ne? Klar, kommen wir da einfach. Ach so. Ja. Ja. Mit den Kartoffeln da vorne. Oder mit den Kartoffeln. Okay. Zack. Ja. Ja. Ähm. Genau. Die Möhren flambieren. Dann auf den Teller drauf. Hätte ich da. Jetzt ist fertig. Ja. So. Kartoffeln bitte oben. Hähnchen, Kartoffeln und Möhre. Kartoffeln. Guck mal, ich hab niemals fertig geackt. Du flambierst die schon. Ja, wir müssen noch ein Händchen. Ja, da, 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 die Kartoffeln sind da drauf. Die hier, die, da, da, da. Die da. Guck mal, wir haben eine Fließwand. Warum benutzen wir das nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Warte! Jetzt pack die... Alter! Ich pack hier den Kuhlöffel weg. So, jetzt packen wir das da drauf und dann ist gut. So, fertig. Einfach geht das. Komm mal. So, hier, das müssen wir auch noch flambieren. Flambieren wir mal. Alles hier. Komm. Oh, nein, wenn das... Wenn man kacke steht, dann ist das echt... So, wir brauchen ein Hähnchen flambiert, das hier nimmt. Ah, zwei Mal. Okay. Ist mir auch egal. Das heißt, Kupan sieht aus wie ein Hähnchen, ist Wurscht. Geist. Pack das da zusammen so. Warum hast du Kartoffeln dazu gemacht? Wir brauchen ein normales. Ah, dann mach ich jetzt halt... Das hier... Das muss ich auch hier machen. Aber Glück gehabt. Das ist... Ne, dann fertig so. Was musst du mich denn jetzt weggehen? Das ist nicht weggehen. Ich muss hier weggehen. Moshpitz! Jawoll. Ja. Ja. Jetzt auf das Arme hinzuquellen. So. Kartoffeln und Möhren brauchen wir. Nein! Nein! Da, wir haben doch welche. Nicht abgeben. Ahhhh. Ahhhh. Alles klar. Ahhhh. Ja, du bist auch gut. Was? Nimm das bitte mit. Wie bringt uns das Land in der Mitte? Fast gar nichts. Weil man es nicht so wirklich gut nutzen kann. Nur ein... Das ist nur ein True-Tal. Der ist ja nicht. Nur ein Teller. Ja. Sehr nett. Ah, ja. Hier. Höre. Landieren. So. So. Ein Teller drauf. Oh ne Hähnchen. Probiert es. Ja. Mach mal. Die können dir. Die können dir Gandal. Ja. So. Zack. Kartoffeln. Und ähm. Ja, Kartoffeln haben wir. Die jetzt Nordrösten. Na, Kartoffeln. Und Teller. Teller. So. Das kann raus. Wo? Das brauchen wir. Scheiß. Direkt da. Lerniger. Flammenwerfer. Jawoll. Nein, das sehen wir nicht mehr. Das ist klar. Aber das hier. Nein. Oh. Ah. Oh, das lief richtig gut. Boah. Boah. Trämlich. Über fast 400 Punkte hätte ich das Video überrascht, wenn das nicht gereicht hätte. Ja. Jetzt hätten wir es gewonnen. Mein Gott. Warte. 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 160. Boah. Boah. War doch. Okay. Gut. Äh. Du musst sie. Genau. Stern 1 7. Will jemand den Eismund spüren? 400 Punkte für 3. Okay. Willst du von Weiß zu Schwarzwechsel? Nein. Von Weiß zu Schwarzwechsel? 400 Punkte. Oh je geil. Das ist aber... Das muss ein Level mit sehr gutem Flow sein, wenn das schon so hochgegangen geletzt ist. Guck mal. Ah, ich sehe schon wieder. So viel Wasser. Das ist geil. Nein. Wie in so einer Fabrik, ey. Aber keiner hat mich geglaubt. Du. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Kann man den dann nehmen, ey? Nein. Natürlich kann man den dann nehmen. Den wird von Flamme einfach mal herpackt. Gigi. Das ist echt nicht fertig. Ich nehme mal eben. Nein. Ich will mich da an die Kante positionieren. So. Ähm. Möhre. Die müssen wir facken. Facke die Möhre da oben. So. Nicht lang facken. 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 Nicht lang facken. Genau. Bestes Motto. Nein. Häufel mal herunter. Ich wollte gleich. Was kannst du eigentlich? Rumlachen. Ja. Ja. Ähm. Die müssen wir auch spülen, ne? Ja. Ich spüle ihn doch wieder mal. Gut. Aber irgendwie. Ja. Der ist ja gut. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ne. Jetzt verhoff die da kaputt zu fackeln. Mensch. Abgeben. Füle nur die Kappe. Was? Warum? Wieso war der denn? Ja. Du musst Kartoffeln da unten machen. Die böse Birne da unten. Muss man nicht so kennen, wa? Ja. Die Böse Birne da unten. Herzilein. Du sollst Kartoffeln machen. Du sollst nicht immer noch fackeln. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Wir fackeln. Wir fackeln. Wir fackeln. Wir fackeln. Wir brauchen einen Teller. Ja. Nein. Die Kartoffeln sollst du auch anfackeln. Was ist mit dir? Ich kann nicht fackeln. Doch kannst du eigentlich. Ja dann mach eins nach dem anderen. Hallo? Wo? Nein. Was ist das da drauf? Nein. Jetzt nicht dich in den Graben werfen. Nein. Nein. Was ist das da drauf? Nein. Nicht in den Müll einfach. Ich dachte es geht. Oh Gott. Nicht in den Müll einfach. Nein. Was geht da, dass das da raus geht? Weißt du? Ach Gott. So Ende. Ende im Gelände. Aha. Fackel das an und dann ist gut. Wenn du das schräg machst, auch mehrere Sachen weg. Aber nicht das Hähnchen bitte. Das habe ich gesehen. So. Kartoffeln und Möhren sind fällig. Ja. Hm. Hallo? Was war das? Hähnchen mit Kartoffeln brauchen wir. Da sind doch Kartoffeln. Da sind doch Kartoffeln auf dem Wand. Mensch. Die fallen gleich in den Müll. Ja da sind ja auch Kartoffeln drauf. Ach so was. Ja. So. Die Küche dreht an. Das ist ja unfassbar. Ich spiel mal einen wieder. Ja. Kartoffeln mit Hähnchen und Möhren gibt es tatsächlich. Ich mache nur fertig. Raus. Ich kann sogar halten. Wenn du sagst, fuck jetzt ist das auch nicht schlecht. Ach. Aha. Oh Kartoffeln. So. Jetzt habe ich das System verstanden. Jetzt habe ich das verstanden. Ja komm. Nimm. Ach Gott. Oh Gott. Da kommen ganz viele angekogelte. Ich muss ja ganz viel spülen. Ich muss spülen. Nein. Oh Gott. Oh Scheiße. Ich bin runtergefahren. Wie kommt das denn? Ich muss erst mal ein bisschen Sachen hier weg sammeln. Oh Gott. Da haben wir gebrannte Kartoffeln. Ja woher die kommen? Ja woher die kommen? Er hat nur an der Kartoffeln geschrien. Jetzt habe ich ihr Kartoffeln gegeben. Jetzt nützt sie sie nicht. So. Guck mal mit den Dingern hier. Ja. Fuck. So. Nochmal. Ah. Sind sie verwotten. Sind sie verwotten? Ja. Was haben wir gemacht? Ah. Da. Händchen. Raus. Da. Und mit Händchen. Pass auf. Ja ist es abgefackelt. Neee. Doch. Ja. Wenn er abgefackelt. So weit steht dann sind die abgefackelt. Hupsch. Deswegen geht es da auf dem Brand auf der Hände. Ich wollte die Kartoffeln. Nein. Nein. Karotten. Unter. Nein. Suchst du da. Ich will die Dachlebe retten, aber sie backt. Ja du backst rum, Mensch. Unter anderem vielleicht auch. Mit Möhren wahrscheinlich. Ja. Ja. Wo brauchen wir. Wo ist denn Teller? Ja. Ich muss nicht keine Kugelchen geben. Ich werde nur ein Kugelchen ziehen. Ja. Warum kann ich das nicht zusammenpacken? Oh was macht der dumme Teller da? Nein. Oh Gott. Boah mit so viel Verbesserungspotenzial. Das müssen wir eigentlich nochmal machen direkt. Das kann doch nicht angehen sowas. Ja. Das ähm. Ja. Ich glaube wir machen jetzt nochmal 1,8 und machen da nochmal alle. Mal gucken. Schnelldurchlauf. Ja alle nochmal etwas besseren waren. Das geht ja nicht. Diese Anspruchshaltung die wir hier haben. Das ist ja. Da geht man ja. Von 3 Sterne zu 1. Und wir müssen überall. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Aber das ist schon mal nicht ganz so unberechenbar wie die Scheu. Man rutscht wenigstens nicht. Flash ist oben. Ja. Pfff. Achso ja. 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 Hahahaha. Der schwarzame Blick wird dann alle 3 auf einem Ding spielen. Und es sind noch schnelle Bretter. Oh nicht zu spät. Oh die Küche ist drüben. Genius. Ja. Ja. Dash Dash Dash. Wie wärs mit Sachen auf das Ding legen und dann... Ne. Und dann runter nehmen ist auch scheiße. Nein das ist auch kacke. Oder? Weiß ich nicht. Mach einfach nochmal Fleisch. Ja. Ich hol's jetzt mal ein Ketter. Hahaha. Ist das freudig. Ist das freudig. Ist das freudig. So komm jetzt hier. Hahaha. Jetzt ist das letzte Level. Jetzt muss man sich einmal noch konzentrieren. Ja. Jetzt wird's aber dann... Hier habe ich Fall riecht plateieren. Hier haben wir zwei, mal wieder. Oh du hast ja auch einen Kleisini... Wie wirst du in deinesen anpassen? Dawind потolo. Jetzt muss man sagen, wir hatten eine erste IQ. Immer die sundrasse pearlрьig. Dann wird wieder mit dem trocken rumけれinen. Und wisst ihr warum, ne? Rudolf ist tot. Oh Gott. Aber nö, ey. Eure Super kocht an. Passt doch. Ich war mit dem Teller da unterwegs. Ja, gut. Und deswegen wird dieses Netzfläncht FSK 6 sein. Ich will dieses Spiel. Nein! Oh, war das jetzt fertig? Das war fertig, ja. Das wäre fertig gewesen, ja. Da hat mich jemand komplett ohne Not runter geschont, leider. Rudolf? Rudolf ist das Problem. Rudolf ist sauer, weil Rudolf runter geschickt wurde. Das Rähnchen ist erbrotiert. Das ist eigentlich auch so klasse. Das war... Fleisch... Ne, noch ne Zwiebel brauchen wir. Ey, ey, ey. 46 Punkte ist es ja fast wie das eine, wie das Elscheiden Level. Ja. Was ist das da? Boah, dieses Scheiß-Rötting ist es ja. Das ist so langsam, das ist unfassbar. Das ist schon... Grenzt an Rötigkeit. Rötigkeit Deluxe, würde ich sagen. Rötigkeit Deluxe, würde ich sagen. Okay, der Trick von der Eisscholle passt dir nicht. Oh, das ist ein Trick jetzt. Pfff. Ah, das ist schlecht. Ja, und die Suppe geht auch kaputt. Wir brauchen eigentlich eine Fibu. Oh, da fühl ich doch gerade. Oh, da fühl ich doch gerade. So. Oh, ja. Das bringt uns irgendwie gar nichts, dass wir das da ablegen. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Fleisch, nein. Boah, warum ist denn dieses dumme Floh so langsam? Möhren und Zwiebeln? Alter, da fühl ich mich ja in der Zwischenzeit 20 mal rüber. Jetzt ist ja... Möhren und Zwiebeln müssen wir als nächstes haben. Möhren und Zwiebeln, ja. Das kann jetzt rüber, genau. Boah, Alter. Wir kriegen doch mal Trinkgeld. Oh, haben wir irgendwas mit Zwiebeln und Möhren? Ja, Zwiebeln und Möhren, pack rein. Eigentlich haben wir das Trinkgeld gar nicht verdient. Kartoffeln auch? Kartoffeln? Ne, noch nicht. Warum sind jetzt zwei Zwiebeln drin? Was ist denn das für ein... Oh Gott. Zwiebeln. Zwiebeln ist die Messe. Weißt du was, Zwiebeln? Ich kriege keine Schepper, das Zwiebeln. Oh Gott. Meine Güte. Spüle. Das ist echt krass, nicht mehr schön. Oh Leute. Wenn hier aber natürlich auch so rumläuft, dann... Boah. Unfassbar, Alter. Ja, 90 Punkte. Ui. Ja, ähm, das ist... Das war auch nahezu unmöglich bei dieser Spieleweise. Ja, das ist jetzt mal ganz schwierig. Was ist das mit dem Flos da in der Mitte? Was für ein Gelutscher, Alter. So, Leute. Jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das besser regeln sollen. Keine Ahnung. Eigentlich müssten wir das Flos einfach nur als Ablage verwenden, glaube ich. Und dann hackt man links. Danach hat aber keiner zugehört. Merke ich. Möhre. So, Möhre drauf. Ich hacke. Ich habe meine Zwiebel schon, geh weg. Ja, Tor und jetzt? Jetzt nimmt sie die Zwiebel und platzt sie in den Tropf rechts. Nein. Also nicht die Möhre aber. Ja, du hast es trotzdem nicht hingekriegt. Jede Möhre. Möhre auf Doom. Nein. Oh Gott. Gute Auswahlquote für die Möhre. Oh, die Dinge sind 3, da kommt die Möhre. So, da oben überhaupt. Was ist das Geile? Wir brauchen halt gerade 3 Möhren, ja? Und wir haben... Nein. Du musst nur verlappen, ey. Wir haben jetzt schon irgendwie 5 Minuten für die Däver. So, da unten, jemand kann die Suppe wegbringen. Ja, ok. Da sind Möhren, die packen wir in den Topf. So eine Möhre und eine Kartoffel. Ich habe die Kartoffel hier. Komm, pack den Teller da weg, bitte. Geht sie nicht. Ich habe hier eine Kartoffel. Die ist wo rein? Zu der Möhre. Zu der Möhre. Zu der Möhre. Du bist du kannst. Und dann beginnue ich Kiaтиров. Du kannst du Cada kunna. Und gut geht Halfway. Und dann geht dievenant aufsziehen. Na陰 Keirisen. Wir brauchen die Kartoffel. Jetzt sch Deckung von partnership. Und dann Lorne Geer in so einen re vole. Das Auto ist davon what ich aus���bble loophole. Und dann das jetzt dabei. auf der wirken, wirken nicht mehr. Was machst du denn da? Dieses scheiß Floß. Was ist mit dir? Es geht mir so auf den Zack, dieses Floß. Ich merke schon. Zwiebel, Zwiebel, Möhre, Kartoffel. Zwiebel und Zwiebel habe ich schon. Jetzt kommt die Möhre. Und Kartoffeln habe ich auch schon. Sehr gut. Und rein. Und rein. Und rein. Motto des Tages, rein. Einfach rein. Ich spiel mal. Oder auch nicht. Dann spiel ich halt nicht. Und nicht mehr. Das ist klar. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Nee, ich kann das jetzt nicht. Nee, mach doch nicht so ein bisschen. Ja, jetzt musst du spülen, damit wir den Kopf haben. Du wirst nicht den Kopf haben. Du wirst nicht den Kopf haben. Nee. Gerettet. Ja, da kommen wir von beiden Seiten ran. Ah, der obere Topf läuft fast ab. Das ist meilen. Sprinte. Boah, drei Leute auf einem Floß. Das wird nicht mehr, glaube ich. Das wird noch was. Sprinte, du Affe. Jawoll. Oh Gott. Den Teller habe ich geschafft. Herzinfarkt. Warum ist der Topf da nicht auf den Dings? Das ist alles dumm hier. Aber wer hat keinen Teller? Hier ist ein Teller. Ja, nimm noch mit da. Und drüber. Gutes. So. Gib mir den trinkigen Teller. Gib mir den trinkigen Teller. Ja, na. Er ist abgelaufen und dann war keiner mehr da, der ihn haben wollte. Oh mein Gott. Ist das schlecht. Double GG. Kartoffel, Kopfel, Zwiebel. Äh, Zwiebel. Kann ich mitbringen. Kartoffeln gibts nach unten. Kartoffel, äh, Kartoffeln läuft gerade ab. Ja, am Arsch. So, hier muss jetzt noch die Zwiebel rein. Hier die Zwiebel. Ja. Nein, jetzt. Pack die Zwiebel doch da rein. Das ist mit euch. So, meine Güte. Nein. Nein. Auch 90 bräuchten wir, ne? Ja. Ja. Wenn das fertig ist, gehen wir das anrechter. Wir brauchen noch, ähm, eine Möhre vor da oben. Eigentlich. So, jetzt gib das mal ab. Nein. 110. Hä? Bitte. Möhre schneiden und dann... Möhre und Kartoffel brauchen wir. Äh, äh, Zwiebel haben... Äh, ja. Und oben noch eine Zwiebel drungen. Zwiebel mit einer Möhre und welche Kuppel bräuchten wir. Da rein oben? Ja, wir können es da rein drungen, aber wir sehen nichts mehr. Huuuuh. Ah, wir haben jetzt wenigstens einen Punkt geguckt. Ja. 90 auf 4. Ah, 120 für das nächste. Okay, sollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir in die Zwiebelkammer gehen? Ja. 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 Dann steuern uns mal eben die Zwiebelkammer. Jetzt wir mal den ability, wenn wirosexual direkt kommend auf die Zeile spielen! Ja. ...rlange Eisen im Was, in den Zielzten gespielt. Ich schangle mich da, was ich hier zu� venir in der redakt Frohre rund. Ja. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.k. Lass es uns essen. Ne, wir dürfen dann schnell abwiedergehen. Ja, geil. Wir haben doch nichts davon gegessen, aber sonst ist gut. Ja, dann wollen wir auch. Cheers. Ja, das war es, ne? Ja, das war das DLC anscheinend. Dann haben wir ganz nett abgewürzt durch das DLC. Aber egal, wir haben es geschafft. Wer weiß, gleich kommt es endlich zu Weihnachten raus. Ja, werfen wir nicht. Gut, das war es für die Folge und für dieses DLC erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei dem zweiten DLC. Voraussichtlich. Also, bis dahin. Bis dahin.